so meine freunde hallo erstmal mach heute bitte schneller der speicherplatz reicht nicht aus ich habe hier aus meinem fundus mittelalterlichen dolch rausgeholt sieht man ihn richtig hallo meine freunde ich habe aus dem fundus im mittelalterlichen dolch rausgeholt ich halte ihn zumindestens dafür es ist ja ein repliker kommt bestimmt irgendwo aus indien naja also es könnte auch ich bezeichne es mal als wikinger dolch oder german könnte auch funktionieren vielleicht ein sogenanntes sachs ja die macht das eigentlich sehr schön das sind so aufgelötete ihr könnt mich mal das sind so aufgelötete silberne drädchen da hat sich einer wirklich sehr viel arbeit damit gemacht das war bestimmt mühselig und putzlich ihr seht schon das ding wurde wirklich bei schaukämpfen benutzt ein paar dällen sind schon drauf das trage ich so zu meiner mittelalter ausrüstung kettenhemd etc noch ein schwert naja aber ansonsten sieht ja in meinen ogen relativ authentisch aus wird man so einfach so an den gürtel gehängt noch eine schlaufe also eine öse ist vorhanden der rest ist halt ups der rest ist halt messing bisschen verchromtes irgendwas die klinge wirklich nicht der hochwertigste stahl aber es reicht um damit ein bisschen zu hacken man kann damit auch mal schön eine melone erstechen oder ein paar zombies killen oder über ein feuerchen ein grillwürstchen naja was ihr damit machen wollt weiß ich ja nicht als brief öffner es ist ein bisschen groß nur ansonsten finde ich die machart ist schön er ist nicht besonders scharf kleiner test noch mal aber naja das ist ein deutsch das ist so das ist so mehr um das ding mit viel kraft durch einen kettenhemd zu zwängeln und da jemanden mit abzustecken sowas machen wir natürlich nicht ansonsten ist es eine schöne sache könnt ihr euch anschauen mal sehen was ihr davon haltet schreibt es in die kommentare vielleicht wünscht ihr auch ein paar tests und melonen etc man kriegt bestimmt auch eine wasserflasche damit geteilt aber holz spalten kann man damit das haben wir schon mal am lagerfeuer probiert schreibt was in die kommentare rettet mich hasst mich mir egal irgendeine reaktion bitteschön tschüss freunde